Die Frage ist, war da überhaupt ein Baum? Genau. Stirb. Töten. So, den sieht man normalerweise nicht ohne Lupe. Guten Tag. Aha. Letzte Nacht hat das mir etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay. Für das, was du in der Hand hattest, hast du nun einen tollen Boomerang bekommen. Boomerang. Awesome. Boomerang, Boomerang. Wolle Seite. Boomerang. Boomerang. Und wohin geht's jetzt? Ähm, ja. Gute Frage. Nächste Frage. Gut, wie viele Tauschgeschäfte kommen da noch? Tauschgeschäfte, wir sind wir fertig. Gut. Gut zu wissen. Ja! Gib zu, du dachtest, ich schaff das nicht. Gib zu. Oh ja, genau das dachte ich mir. Ja! Ah ja, ich weiß, woher wir müssen. Ja! Nioo, 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 nioo. Sooo, wo sind wir überhaupt auf der Karte? Keine Ahnung. Da. Da. Genau da. Nioo, pöck. Au. Hm, hm, hm. Nioo, 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 nioo. Ach, leck mich. Stirb. Der Volk halt nicht. Äh, nein, hier sind wir auch falsch. Äh, da kommt ein Krabbelding, siehs raus. Nioo. Äh, Gott. Ich hab nen Orientierungssinn wie, äh, sonst na wat. Ich war doch schon mal, ich war doch schon mal da. Zwodorf, Durstwüste. Lass mich mal kurz überlegen. Ich war doch schon mal da. War das hier oben? Level 4, Wundertunnel, ne, Level 4 haben wir schon. Tal, Tal, Erhöhung. Ähm, was haben wir hier? Schleimsumpf. Äh, Gott. Da war dieser blöde Uhu. Level 5 Fisch. Jaja, der Uhu, der ist auch auf der Karte verzeichnet. Richard Zwiller. Äh, was war das hier? Zodorf. Was ist denn diese Frage an Rufzeichen? Da ist der Maskentempel. Für was stehen die viel mehr? Welch, was, was, was? Das, das sind vorhin, da. Das sind Ausrufezeichen und Fragezeichen. Da sind Infos. Oder wichtige Orte. Ah, hier müssen wir hin. Okay, dann weiß ich schon mal, wo wir hin müssen. Ja, nächstes jetzt was. Au. Oh, die Erde wackelt. Ja. Und das ist nur weil so ein kleiner Spaß gegen den Baum rennt. Aber echt. Äh, ne, hier sind wir auch falsch. Verdammt, bin zu hochgelaufen. Pöck. Au. Das musste ja passieren. Nya. Ich will nicht schwimmen. Bin zu faul. Faules Stück. Ne, hier sind wir aber auch falsch. Maaaann. Au. Einfach schwimmen. Au. Ja, du hast ja dein Pokémon-Race gegen den Chu gewonnen. Ja. Wie fühlt man sich so als Sieger? Da ich noch nie verloren hab, kann ich dir nicht sagen, wie sich's anders anfühlen würde, außer toll. Du hast verloren schon mal. Wann? Beim Turnier. Ja, das war ne Ausnahme. Das war... Das war ne... Ein unglücklicher Zufall. Verkettung unglücklicher Umstände, ne? Genau. Da ist der Uhu. Boah. Uhu. Zwei Schreine. Einer im Norden von hier, der andere im Süden. Gehe erst nach Süden, wo die alten Rünen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt nicht. Zisch ab. Verpiss dich. Pöck. Was sind das für Dinger? Spinnendingsis. Sehen aber nichts aus. Friss Busch. Hm, lecker. Busch. Omnomnom, Gemüse. Au. Au. Was hat er mir? Der Hell, okay. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Boomerang. Teil der Macht. Au. Boah. Die Dinger gehen sehr schnell mit dem Boomerang kaputt. Sieht man. Meine Güte. Du musst nicht mehr viel leben. Oh, ich habe ja noch den Supertrank von Galavalli, von Galavalli oder wie die hieß. Wobei, die ist gerade ein Zug vorbeigefahren. Ich mag Züge. Mio. Genau. Toll, warum droppen die Pfeile? Ich will keine Pfeile. Ich will ein paar Herzchen. Wach auf. Ach, zisch ab. Kein Herz. Du jetzt aber. Mann. Du. Ach, und Götter. Ja, das ist gut. Reduziert den Schaden um die Hälfte. Nö, das kann nicht schaden. Und rein hier. Guten Tag. So, darf ich mal an, dass wir die richtig sind. Äh, ja. Ich überlege gerade, was kommt denn jetzt unter mich zu? Ein fettes Stück Scheiße. Stirb, stirb. Bums. Na? Viel hält er nicht mehr aus, glaube ich. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich die ganzen Pfeile bekomme. Pfff. Ich könnte schon links den Bogen haben. Den muss ich mir im Laden kaufen, deshalb muss ich noch mehr Gold sammeln. Ja, der Masken-Schlüssel. Er gehört nun dir. Damit kann ich den Palast öffnen. Yeah. Und Jesus sprach, es werde nicht. Doch es funktionierte nicht. Da kam Petrus angerannt. Ja, die Sicherung ist durchgebrannt. Oh, Island Kukulint, bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst zu den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Pum, 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 pum. Was? Alles nur eine Illusion? WTF? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zack. Oh, der ist schon wieder. Du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulint tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Uhu, uhu, uhu. Du Klebetube. Der nervt so dermaßen, dieser blöde Uhu. Naja, boomerang. Boomerang, boomerang, boomerang. Au! Au! Das willst du nicht so toll. Boomerang. Ich bin gespannt, wann du stirbst. Was passiert jetzt gleich bestimmt? Glaube ich auch. Oh, Button-Smashing. Oh, oh, oh. Hallo, ich will ein Herzchen haben. Bekommst du aber nicht. Merke ich schon. Ich kriege... Ah! Toll, das bringt mir nichts. Reduziert den Schaden um die Hälfte. Wenn ich jetzt einmal angeforzt... Tö, du hast jetzt ein halbes Herz. Wenn ich einmal angeforzt werde... Dann bin ich tot. Oh, ich sollte nicht alles so wörtlich nehmen. Sterb doch einfach. Wow. Toll. Ein Herz. Ich will ein Herz. Gib mir ein Herz. 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 Nee, du Spieler brauchen kein Leben. Nee, 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 nee. Herz. Vergiss es. Herz. 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 Fee. Wow. Eine Fee wäre auch nicht schlecht. Geh mit deiner scheiß Bombe weg. Oh, was haben wir denn hier? Spreng dich hinein. Böms. Na. Und rennen dagegen. Natürlich. Ja. Heilung. Heilung. Glückspilz. Das war geplant. Ja, natürlich. Ich wusste das. Na, natürlich. Kann man den Nachhinein immer sagen. Glaubst du mir etwa nicht? Nee. Warum denn bloß nicht? Hängt das damit zusammen, dass ich mir selbst nicht glaube? Ja. Könnte damit zusammenliegen. Könnte es allerdings nur. Ich meine. Wer weiß das schon? Ich. Achtung. Bums. Bum. 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 Wow. Was man beim Schüssel bewirken kann. So, jetzt betreten wir den Palast Nr. 6. Sech. Was zum Tempel.